Glasschmelzen In diesem Kurs gestalten sie mit Glasscherben neue Kunstwerke. Sie setzen verschiedene Glasscherben zusammen. Und in einem heissen, sehr heissen Ofen verschmelzen diese Glasscherben. Und dann entsteht etwas Neues. Wunderschöne Gegenstände. Zum Beispiel Glasschalen, Windlechter, Teller oder Bilder. Der Kurs ist für alle, die gerne etwas Neues kennenlernen, die gerne gestalten und viele kreative Ideen haben.